Das Best Western Hotel Rivoli liegt in Florenz, in Toskana und Elba. Das Best Western Hotel Rivoli ist sehr beliebt unter den Gästen, 100% empfehlen das Hotel weiter. Das Hotel hat eine sehr gute Bewertung. Die 13 Gäste, die das Hotel bewertet haben, vergeben durchschnittlich 5,5 von 6 Sonnen. Leider liegen nicht mehr Bewertungen als die 13 vorhandenen vor. Daher sind die Aussagen mit Vorsicht zu genießen. Nun die Bewertungen im Detail. Zimmer. Die sehr sauberen Zimmer schätzen die Gäste und vergeben insgesamt 5,7 von 6 Punkten. Service. 5,6 von 6 Sonnen vergeben Gäste für den Service des Hotels. Dieser lässt keine Wünsche offen. Lage und Umgebung. Das Hotel hat eine sehr gute Lage, was sich durch die Einkaufsmöglichkeiten in der Nähe, gute Verkehrsanbindung, Bars und Restaurants um die Ecke sowie Entfernung zum Strand auszeichnen kann. Es werden 5,6 von 6 Sonnen vergeben. Gastronomie. Eine großartige Küche bietet dieses Hotel. 5,6 Sonnen werden für die gastronomischen Leistungen der Küche vergeben. Hotel allgemein. Sowohl die Sauberkeit als auch der Zustand des Hotels wird von den Gästen gelobt. Was sich durch eine sehr guten Bewertung von 5,4 Sonnen von 5,4 Sonnen widerspiegelt. Sport und Unterhaltungsprogramme. Für das gute Sport und Unterhaltungsprogramm vergeben die Gäste 4,8 von 6 Sonnen. Sprechen Sie am besten mit Ihrem Reiseveranstalter oder rufen Sie direkt beim Hotel an, um nähere Informationen über das Hotel zu bekommen. Das waren Informationen zu der Lage, Service und Ausstattung des Hotels. Angebote und weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie dem Link unterhalb des Videos folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.